In der Ausstellung Art avec Tître werden Bilder und Skulpturen von 28 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Die Kunstwerke repräsentieren ein sehr breites Spektrum in Bezug zum Beispiel auf das Lebensalter der Künstler, die Formensprache und Technik sowie die Entstehungsjahre der Arbeiten. Unter den insgesamt 137 Skulpturen und Bildern sind Arbeiten zu entdecken, die humorvoll oder nachdenklich stimmen, expressiv oder romantisch sind, Fragen aufwerfen oder zum Weiterfantasieren anregen. Musik Zwei Aspekte sind allen Künstwerken gemeinsam. Sie sind mit großer Professionalität entstanden und haben alle eine eigene charakteristische künstlerische Handschrift. Musik 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 Musik